Wir sind zurück auf der YouTuber-Insel. Wir kämpfen gegen acht andere YouTuber und wir haben gerade einen Streit mit SU. Wir werden heute zu ihm hingehen, nämlich wir haben ja gesagt, wenn er uns in 24 Stunden fünf Diamanten oder 20 Leder gibt, werde ich ihn nicht kaputt machen und die 24 Stunden sind jetzt um, Leute. Ich werde jetzt zu SU gehen und werde gucken, ob er mir Sachen in die Kiste reingepackt hat. Ansonsten würde es heute richtig knallen, sage ich euch ganz ehrlich. Guckt euch mal bitte meine Base an. Und ich sage euch, ey, bitte, das sieht so sick aus mit diesem Leuchten und alles drum und dran und mit meinem Leuchttepich. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, Leute. Das ist die krasseste Base überhaupt. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen weiter angebaut und zwar hier haben wir ein Moorrüben. Hier haben wir unser schönes Getreide und wir haben natürlich, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt genug Essen eigentlich dabei. Ey, ey, bleibt mal hier. Hallo, Moorrübe. Also das ist ja eine Beere, aber ich muss mal gucken, ob wir gerade noch genug Essen haben, weil wenn nicht, dann muss ich ein bisschen Weizen abbauen. Das Ding ist ja, die Farm wächst ja nur, wenn jemand in der Nähe ist oder, ähm, oh, das ist fertig hier, ne? Ja, das ist fertig. Sehr gut. Wenn jemand in der Nähe ist oder ich halt online bin und jetzt ist aber, ich denke mal, in den nächsten Tagen sollten wir keine Probleme haben mit irgendwie Essen und alles drum und dran. Ich muss heute noch einmal Glowstone besorgen und zwar, mir ist aufgefallen, ich habe hier nämlich, äh, nee, hier habe ich richtig gebaut. Warte mal, habe ich hier richtig gebaut? Ich muss mal kurz einmal gucken. Smoothstone habe ich, doch, ich habe hier, nee, warte mal, ich muss nämlich das hier, nee, habe ich richtig gebaut, glaube ich, Leute. Warte mal, weil hier ist noch, diese eine Lampe ist doch nicht in der Mitte, oder? Bin ich doof? Ah, okay, guck mal, das habe ich direkt da ran gemacht. Also mir fehlt quasi noch ein Glowstone und drüben brauche ich auch noch Glowstones. Ich hoffe, ich glaube nämlich, äh, das sind noch ein paar YouTuber da und da können wir uns vielleicht von Amir noch so ein Glowstone holen, weil der hat ja einen gehabt und wir arbeiten ja aktuell mit Amir zusammen. Und dann kommt diese erstmal hier ab, hier, das kommt erstmal ab, Bro, warte mal, hier abbauen. Äh, das kommt ab und dann werde ich quasi den Glowstone hier machen und die Lampe da, weil ansonsten war das ja nicht in der Mitte gewesen. Ich bin ja voll besoffen gewesen. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch Essen haben. Zack, haben wir irgendwo Kartoffeln. Ich könnte auch Kartoffeln anbauen, aber lohnt sich das? Ich weiß nicht, Leute. Ich glaube, wir haben kein Essen mehr, ne? Ich glaube, ich habe mein ganzes Essen verbraten. Äh, Eier. Ich weiß nicht mehr, was man mit Eier machen kann. Aber ob, warte mal, warte mal, warte mal. Hier haben wir, stimmt, wir hatten ja hier noch einmal Obsidian gehabt, Leute. Das muss ich nachher auf jeden Fall in die andere Dings packen, in die andere Kiste noch. So, die müssen wir halt noch in unsere Secret-Truhe packen. Haben wir sonst noch irgendwas Seltenes dabei oder was Wertvolles, was wir, ne? Eigentlich nicht, Leute. Warte mal, ich nehme mal hier die Cubblestones hier unten einmal rein. Dirt. Ich habe ja hier noch die, äh, Felder ein bisschen. Boah, das sieht so nice aus. Hier können wir halt noch nicht anbauen, weil hier halt noch das Licht fehlt, aber ist nicht so schlimm. Boah, die Mogüms gehen aber schnell durch, ne? Guck mal, wie schnell die fertig sind. Wir können heute wahrscheinlich direkt unser zweites Feld hier komplett fertig machen. Ey, das wird so nice aussehen. So, hier nochmal schön anbauen, weil wenn wir vielleicht wiederkommen, ist das dann alles hoffentlich durch. So, ich nehme mal die hier. So, zack, zack, zack. Und dann können wir hier nochmal drei reinpacken. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zu SU. Wir haben ja noch unsere komplette Diamantrüstung an. Ich bin immer noch sehr gut ausgerüstet. Wir haben Diaschwert, alles drum und dran. Von daher mache ich mir da keine Sorgen, weil ich glaube, SU ist noch nicht mal ansatzbereit. Boah! Boah! Ist das dein Ernst oder was, Mann? Alter, Amje! Boah! Junge, komm rein und mach die Tür zu. Oh, nee, da ist der Knopf an der Seite, ne? Siehst du den? Ja, sehr gut. Alter, hast du einen Mako oder was? Hast du ja Schwenk. Ja, übelst, Mann. Warte mal, hier. Was läuft denn hier? Kommt weiter, oder? Aber ich mach dir ab. Ja, Bro, ich brauche... Nee, nee, hier ist noch kein Licht, Bro. Hier ist noch kein Licht, deswegen. Das Ding ist, Bro, ich brauche noch Glowstone. Hast du noch Glowstone? Äh, ja, bei mir zu Hause, aber... Ja, okay, brauchst du noch irgendwas aus meiner Base? Ja, Spinnennetz, ich brauche Spinnennetze. Zwei Stück. Spinnennetz habe ich sogar hier. Boah, Baba. Sehr gut, okay. Baba. Ich muss jetzt einmal noch einen kurzen Abstecher zu SU machen, weil der sollte mir Diamanten droppen. Wollen wir uns gleich bei dir treffen, einfach? Ja, ja, können wir machen. Ich gehe dann auch mal raus. Aber ich komm, warte auf dich, zusammen rausgehen. Ja, ja. Guck mal, hier, Bücherregale könnten wir eigentlich, glaube ich, heute fertig machen, ne? Und dann können wir verzaubern. Ja, ja, können wir echt, ja. Wir brauchen einen Amboss. Amboss habe ich hier, Bro. Ja, sehr gut. Weil wir können halt, wenn wir zweimal Effizienz 1 haben mit Büchern, dann können wir die beiden Bücher fusionieren miteinander. Was? Okay, das wäre krass. Ja, 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 deswegen ist das so wichtig mit Büchern. Wir brauchen deswegen voll viele Bücher, das ist wie ein Lederfarben so wichtig. Ja, ja. Du musst mir auf jeden Fall sagen, was für Verzauberungen gut sind. Ja, eigentlich relativ. Und dann werde ich, äh, Dings, ich werde heute SU nochmal eine richtige Ansage. Also, ich denke mal, ich hoffe für ihn, dass er mein Leder, also er sollte mir 20 Leder geben. Ja. Ich hoffe, dass er mir das gegeben hat. Und ansonsten wird es heute nämlich schon sehr kriminell werden. Hast du hier ein Boot geparkt irgendwo? Mhm. Zwei sogar. Ja, hier in der Ecke ist meins. Sehr gut. Da bin ich noch eins. Äh, kannst du mir nachher mal vielleicht einmal noch Essen geben? Ja. Komm mit. Ich zeig dir. Wenn übrigens, wenn du im Boot bist, ne, guck mal, wie schnell wir sind, guck mal, wie schnell wir jetzt sind. Warum? Wegen STRG. Wenn du STRG drückst, machst du Speedmodus an. Ach, das ist dein Boot auch schneller. Hä? Bro, was ist denn da? Hä? Was ist denn? Hä, Armin, was ist das für eine Scheiße da? Das habe ich ja auch eben gesehen. Hä? Was ist das denn für ein Müll? Okay, warte, ich nehme das. Ja, das hat so schön angefangen. Alter, was hat der denn da für eine Scheiße gebaut? Haben die denn jetzt? Ich weiß es doch nicht. Hat der jetzt so noch Stress mit anderen YouTubern oder was? Das sieht echt aus wie Pfeil, ne? Guck mal. Ey, Bro, das ist ja, das ist irgendeine Brücke, die ins Nix führt und dann hat der da irgendwas raufgebaut. Komischer Kerl. Äh, Armin, willst du mitkommen oder soll ich gleich zu dir kommen? Äh, komm gleich zu mir, ich muss eh glaubst du wollen. Gut, okay, bis gleich. Bis gleich. So, Leute, okay, dann werden wir jetzt erst mal hier auf die Brücke gehen und da werde ich gleich mal in die Truhe reingucken, weil hier haben wir ja unsere Schilder platziert mit den, äh, mit der Drohung, dass wir die Sachen haben wollen und zwar hier, Leute, zack, hier, 5 oder 20 Leder bis morgen oder Brücke kaputt, Stani war hier, pack alles in die Kiste. Hä? Oh. Will der mich verarschen oder was? So, die Laternen sind erst mal meine. Weiße Wolle ist meins, das ist schon mal ganz gut. Die Blumen gehören auch mir. Holz hat er hier noch drin, okay. Aber kann das sein, dass er nicht mehr hat oder dass er mir nicht mehr geben will? Ich sag mal so, Leute, es liegt was in der Kiste drin. Und, oh, hat die Brücke brennt oder was? Es liegt was in der Kiste drin und deswegen bin ich relativ gnädig gestimmt, aber das, das geht nicht, das geht nicht. Leute, er nimmt uns, glaube ich, nicht ernst. Er, nee, nee, er nimmt uns nicht ernst. Wisst ihr, ich werde euch jetzt was, ich werde euch jetzt zeigen, wie er uns ernst nimmt. Ich mache hier keine Späße mehr. Ich lasse mich von SU, SU hat mich beklaut, bedroht, beleidigt. Und das ist, das lasst Shani Performance sich definitiv... Warte mal, wie kann ich hier schneller? Achso, kann ich schneller denken. Das lasse ich mir definitiv nicht gefallen. Wir werden jetzt zu unserer Base zurückgehen und ich werde mir TNT holen. Wartet ab. So, wir werden jetzt hier reingehen und das... Ich muss das mit der Pickaxe abbauen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mich mit der Hacke abbauen, Leute. Manchmal bin ich auch echt ein bisschen lost immer noch. So, wir gehen jetzt hier rein und jetzt werden wir Folgendes machen, Leute. Redstone, ein TNT-Block, ja, ein TNT-Block. Einfach nur... Leute, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zeigen, wer hier der King of the Ring ist. Wie gesagt, er hat ein bisschen was abgedrückt, hat er ja. Sag ich mal, dass die Brücke... Oh, Kappelstone ist ein bisschen doof hier. Dass die Brücke stehen bleibt. Haben wir noch Stone dabei? Nee, ich muss einfach mit Stone das machen. Und dann können wir auch das Holz direkt reinmachen. Also, wir sind nicht ganz leer ausgegangen. Das finde ich in Ordnung. Ja, es ist okay. Aber das reicht nicht aus. Das reicht nicht mal ansatzweise aus. So, machen wir das Ganze einmal wieder zu. Und dann gehen wir wieder hoch. Und werden... Äh, nochmal zu SU fahren. Und dann zur Army direkt. Das Einzige, was ich mich frage, Leute... Wer da oben... Äh... SU geprankt hat und diese komischen Sachen dahin gebaut hat. Das sieht auch niemals ansatzweise schön aus. Er hat gut ange... Also, die Brücke hier sieht echt cool aus, finde ich. Aber... Was soll das denn da sein? Das sieht ja absolut komisch aus. So. Bro, ich hoffe... Der wird gleich richtig Geburtstag feiern. So, ich werde das jetzt... Ich muss mal gucken, wie ich das platzieren werde. Und dann werden wir ihnen jetzt hier... Mal eine fette... Guck mal hier. Ich werde das jetzt hier alles so ein bisschen abbauen. Zack. Gib mir mal die Pickaxe hier. Dass er das auch sieht, wisst ihr? Dass er auch direkt sieht, was hier abgeht. Dann werde ich hier so einen kleinen Weg machen. Dass er Angst kriegt, Leute. Dass er Angst kriegt und weiß, okay... Mit Stanni ist hier nicht gut Kirschen essen. Der sollte sich lieber dreimal überlegen, mit wem er sich hier anlegt. So, wir werden jetzt hier vor der Brücke ein TNT-Block platzieren. So, jetzt ist der TNT-Block. Und jetzt werde ich hier... Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, Leute. Ich habe keinen Plan, was wir hier machen. Aber ich will jetzt hier einfach so... Dass er Angst kriegt, Leute. Dass er nicht weiß, was hier abgeht, wisst ihr? Also... Und dann werde ich hier so eine Höhle machen. Es wird gar nichts passieren, Leute. Es wird nichts passieren. Das ist halt das Ding, ne? Aber ich will ihm nur Angst machen. Dass er irgendwie denkt, okay... Hier wird eine Falle ausgelöst. Und der wird übertrieben Paranoia kriegen. Haben wir hier noch... Ah, Leute. Ich habe jetzt hier keine Schippe dabei. Sag mir jetzt nicht, als kommt hier die ganze Zeit Sand runter. Nee, okay. Sehr gut. Warte mal. Ich muss das mal hier zumachen. Boom. Zumachen. Und dann werden wir jetzt einfach hier... Das Redstone... Oh. Warte mal. ...um die Kurve legen. Und Bro, er wird sich denken... Was passiert denn hier? So, zack. Machen wir hier noch eine... Dings hin. Und dann mache ich hier noch ein Schild hin. Bro, ich mache hier noch ein Schild hin. Können wir hier das... Nee, warte mal. Wir können das Schild hier nicht plasen. Dann werde ich das Schild hier hinten plasen. Hier. Bro, dieses Scheiß-Dings nervt mich. Ich muss unbedingt nächstes Mal eine Schippe mitnehmen. Oh. Junge, Junge, Junge. Ich muss das hier nochmal zubauen. Zack. Und dann werde ich jetzt das Schild hier hinstellen. Letzte Warnung. Letzte Warnung. Ich gebe ihm ein bisschen mehr Zeit. 48H für 20 Leder oder 5 Dias. Oder andere Sachen. Oder... Nee, andere Sachen schreibe ich nicht rein. Andere Sachen schreibe ich nicht rein. Letzte Warnung. Kann ich hier drauf noch ein Schild stellen? Nee, ne? Hier drauf. Doch, kann ich auch noch ein Schild stellen? Du hast 48H Zeit. Also, geh farmen. Danni, dein Feind. Ich mache dich platt. Können wir hier noch was plasen? Okay, nee, das reicht eigentlich. Oh mein Gott, Mann. Der wird so Schiss kriegen. Geil, 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 geil. Okay, nice. So sieht das aus. Die Falle ist platziert. Und die Brücke wird gesprengt. Ha, 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 ha. Ey, das... Ich sage euch ehrlich. Ich denke mal, das wird er jetzt definitiv verstehen. Und zwar die Sprache des TNTs. Geil, Alter. Geil. Würde, wir werden mal hier weiterfahren. Gucken wir mal ein bisschen um hier. Ich habe nicht, dass er uns hier irgendwie auf Undercover beobachtet oder so. Dann werde ich das Ganze natürlich hier auch sehen. Okay, hier ist ja Army sein Haus. Ich muss auch sagen, das sieht echt sehr sick aus. Hat er wirklich gut gebaut. Und der war ja seine Insel. Hat er ja hier ein bisschen weiter draußen gehabt, oder? Irre ich mich? Irre ich mich, Leute? War das nicht hier? Ach, da hinten. Ja. Boah, das ist schon echt so weit weg, dass man es ja kaum sieht. Also wenn man es auch nicht weiß, dann müsste man hier auf blauen Dunst eigentlich hinfahren. Und ich brauche jetzt unbedingt ein bisschen Essen, dass er ein bisschen Essen für mich vorrätig hat. Aber der hat ja hier eigentlich genug. So, hier ist ein schöner Hafen, hat er gebaut. Geil. Ich feiere das. Alter, du hast ja hier kleine Babykühe. Ja, die sind mir rausgelaufen, aber das ist nicht schlimm. Ich habe keinen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Oh, guck mal, die freut sich sogar, die kleine Babykühe. Cool. Ja, freu mich nicht zu sehr mit denen, weil die werden bald Leder. Ja, die machen, wir machen euch zu Leder. Bro, das leckt sich richtig bei dir. Alter. Findest du? Kann ich mir ein bisschen hier Obst mitnehmen? Ja, ja, hol dir mit. Ich pflanze hier auch wieder neu ein. Ja, ja. Ich muss mich auch gerade hier um eine Sache noch kurz kümmern. Ah, Leute, das ist so ein... So. Zack, zack, zack. Sehr gut. Ist wieder drin. Ey, du hast ja auch echt genug Essen. Weil ich habe, wie gesagt, meine Dingsbums. Das kommt jetzt alles erst. Boah, guck mal, haben wir jetzt sogar ein Neser-Portal. Oder die könnten sogar ins Neser gehen. Wie nice ist das denn bitte? Ey, aber hier Essen hat ja echt genug hier. Das ist ja wirklich hier richtiges Farmgebiet. Ist das hier schon... Hä? Was ist das denn hier? Nee, noch nicht, noch nicht. Ich habe ein Lied gefunden oder so. Was ist das? Hier. Guck mal, das lag da. Ja, das sind meine Leinen. Ja, die konnte ich hier gerade irgendwie nicht aufheben. Soll ich hier, die droppen hier. Ja, kannst du machen. Ja, liegen hier, liegen hier. Ich packe dir in die Kiste rein. Dankeschön, dankeschön. Pack dir in die Kiste rein. Und klappt das hier mit Lederfarm oder was? Eigentlich schon. Ich habe, glaube ich, einen kleinen Fehler gemacht. Wie können wir denn das Leder von den Kühen bekommen? Müssen wir die umlegen oder was? Äh, ja, ja, die werden umgelegt, die werden umgelegt. Ja, weil, Dings, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach, warte mal. Ich kann nochmal fragen, hat jemand Leder? Alter, ich habe, Alter, wie viele Leute sind denn gerade da? Alter. Ich glaube, fast alle, ne? Sind fast alle da gerade. Oh mein Gott, wir müssen vorsichtig sein, Armi. Sag ich ehrlich, wir könnten jederzeit angekommen werden. Ich muss was testen hier erstmal. Oh, das könnte echt gefährlich werden. Brauche Leder. Kaufe Leder. Ich kaufe Leder. Vielleicht hat jemand Leder. Das wäre natürlich nice. Alphastein hat direkt geschrieben. Na, warte. Oh mein Haus. Wo ist dein Haus? Ich weiß natürlich, wo dein Haus ist. Ah, hä? Er weiß, dass ich die Insel gesprengt habe? Was? Hä? Was ist hier? Wollen wir zusammen zu Alphastein fahren? Sagst du, der macht Ärger? Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube persönlich nicht. Alles, was runterfällt, kommt in die Trichter rein. Zwei Leder haben wir hier schon mal, aber die Frage ist, wie kommen denn da die Kühe rein? Gar nicht kommen die Kühe da rein. Hä? Soll ich dir erklären, wie das funktioniert? Ne, das interessiert mich gar nicht. Ich will einfach nur Leder haben. Ja, okay, weil die Kühe, wenn hier produziert, kommen hier die Babykühe raus, in diese anderen Blöcken. Und hier muss ich Magma nochmal reinmachen. Das heißt... Ja, Magma ist bei mir. Magma weiß ich, wo Magma war. Ja, weiß ich. Ich mache hier den Knopf an, da kommt Wasser, da werden die nach oben geschubst, die Kühe. Ja. Da kann ich die hier füttern, zum Vermehren. Und die Babykühe... Und dann können 27 Kühe können ein Block sein, danach geht das nicht mehr, dann blocken die, weißt du? Ah, okay. Und dann kommen die Babykühe, also die Kühe werden hier rausgeschmissen, die neuen. Und weil es Babykühe sind, können die nicht verbrannt werden, weil hier so ein Halbding ist. Das heißt, Babykühe überleben, da kommt einmal Lava kurz raus, aber die Erwachsenenkühe verbrennen. Und dann kommt nur Leder raus. Ey, wollen wir hier direkt noch ein bisschen Leder mitnehmen, oder willst du die dir auch erstmal aufsparen? Hm, wir können ein bisschen mitnehmen. Warte mal. Warte, ich mache, ich mache, ich mache. Ja, mach du das mal, ich will dir nichts kaputt machen. Einmal verfütter ich die noch. Okay, weil dann können wir erstmal gucken gleich, was wir schon alles bauen können, weißt du? Ja, ja, ja. Dann können wir gleich schon mal alles verzaubern. Guck mal, hier ist auch eine Kuh, was macht die denn hier? Was ist das denn für eine Kuh, Leute? Das ist eine Babykuh, glaube ich. Wow, Armin nimmt die Koppel da aus und dann hier die Arme Kühe. Komm her jetzt! Schlachten! Oh mein Gott, schön, Leder her! Ey, Leute, ich mag eigentlich Kühe. Die sind zu süß, aber hier, du kriegst auch noch eine auf den Deckel hier. Guck mal, wir sind echt so gemeint zu denen, ne? Warte, ich mache noch drei Stück und das war's dann. Wie viel Leder haben wir jetzt? Da ist noch eins. 15 Leder. Reicht, 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 reicht. Bro, 15 Leder? Das ist zu krank, ne? Ich habe auch noch zwei Leder. Okay, ich würde sagen, komme in zehn Minuten. Komme in zehn Minuten. Wir fahren jetzt schnell zu mir. Lass es verzaubern und dann lass zu Eifelschlein kommen. Warte, 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 lass mich dann noch Papier mitholen, oder? Äh, ja, ich habe auch noch ein bisschen Papier. Aber nimm mit, nimm mit, nimm mit. Wir haben so mehr, wir haben, umso besser. Ich habe doch hier meine automatische Dings Zuckerrohrfarm. Du hast eine Out, ey, Leute. Armin hat ja alles, ey. Zum Glück haben wir uns mit Armin verbündet, Leute. Der Typ scheint hier echt richtiger Profi zu sein. Der hat hier eine automatische Zuckerrohrfarm, alles drum und dran. Das geht ja richtig ab. Und, was gibt die? Ja, ich bin jetzt schon im Boot hier. Ich fahre schon mal zu mir, Armin, ja? Oder nee, wir fahren zusammen. Lassen wir zusammen fahren. Fahr, warte, ja? Hier sind 49 drin Zuckerrohr. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Was? Nee, nee, ich habe nicht. Ich bin hier im Boot. Warte, ich komme nach vorne. Alter, Leute, was hat der denn da? Ey, das mit diesen ganzen Farmen und so, das müssen wir, glaube ich, auch machen. Das wäre schon wichtig. Guck mal hier, der hat auch gar keine Essensprobleme, nix, ne? Der hat mehr als genug Zeug. So, komm, lass rüber. Okay. Weißt du, was lustig ist an meiner Farm? Ist, sobald ein Block von meinen Pisten ist, geht ihr automatisch an und schiebt die weg. Ja, ja, sehr gut, Alter, sehr gut. Ey, ich sage dir ehrlich, ich glaube, wir können jetzt sogar maximale Verzauberungen drauf machen, ne? Ja, 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 ja. Weil, äh, wollen wir Bücherregale noch bauen, ja, ne? Müssen wir, müssen wir, müssen bis zu 15 Bücherregale. Ja, wir haben ja da schon, sieben Stück habe ich ja schon. Ja, gut, jetzt haben wir nochmal... Also, das haben wir safe. Also, Bücher, ich sage dir ehrlich, das musst du noch safe durchhaben, das musst du reichen. Junge, ich habe SU nämlich oben, was sehr schön ist, platziert. Guck mal, siehst du das Rote da? Siehst du das Rote da? Diesen roten Block da? Ja, ich sehe ihn. Ja, ja. SU wird sein blaues Wunder erleben, wenn der wiederkommt. Oh, oh. Oh, mein Gott, sie sind zu sehen. Nicht, dass irgendwer denkt, äh, einfach mal ganz kurz zum Redstone dagegen zu tun, ne? Äh, ich habe dagegen schon Redstone gemacht. Ja, gut, eine Redstone Fackel und dann geht's hoch. Ja, das ist ja mir egal. Oh Gott, ich will die ganzen Monster hier ausweichen. Creeper! Ja, ausweichen. Ausweichen. Wer hat denn da oben eine Fackel hingemacht? Welcher ekelige. Keine Ahnung. Warte mal. Ach so, das ist da hinten diese, eine Höhle da, die irgendjemand baut. Keine Ahnung, da muss ich auch mal abbauen und mal zumachen. Okay, so. Schnell rein. Mach die Tür zu, ne? Ja, ja. So, jetzt, äh, hast du Glowstorm mitten genommen? Nein, das haben wir vergessen. Nein, scheiße. Ja, ist egal, ist egal, ist egal. Ah, ich habe euch nicht mehr dran gedacht. So, warte, ich gebe dir mal das ganze Leder, was ich habe und das Zuckerrohr. Das sind jetzt eineinhalb Stacks waren drin. Boah, okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, ich packe mal hier kurz das alles rein. Zack, okay. Ah, ich habe meinen Diamantswert nicht dabei, ich trockle. Ich mache jetzt erst mal mit dem Zuckerrohr Papier. Boah, Bro, wir haben so viel, also Papier haben wir mehr als genug. Papier haben wir jetzt wirklich mehr als genug. Und jetzt gucke ich mal, wie viele Bugdinger wir noch bauen können. Ich brauche noch Holz dafür einmal. So. Während ich hier bin, Stani, mache ich deine, äh, bauen mit auf deine Ernte. Ja, mach das, genau. Da hast du kein Essensprobleme. Warte. Äh, zack. Zack. Ich brauche jetzt erstmal, warte mal, ich brauche jetzt, wie viele brauchen wir hier für nochmal Bücher? Achso, ich muss einmal Bücher machen, ich muss einmal Bücher machen. Ja, du musst mal Bücher machen. Ich mache erstmal, ich gucke, wie viele Bücher ich machen kann. Bro, wir können 19 Bücher machen. Ach du Scheiße. 18 Bücher haben, 19 Bücher haben wir. 19 Bücher. Ja, dann kannst du aber auch, du musst dann einen Streit haben. Das heißt, wir können nur sechs Chefs machen, ne, mit 13. Stimmt, ja. Sonst fehlt einer. Warte. Ich lege sie erstmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir, ja. Ja, dann haben wir 12 insgesamt. Warte mal, hier hinten. Ne, ne, mach dich in die Ecke, mach nicht in die Ecke. Ne, ne, ich mach hier rum, hier rum, warte. Ne, ne, mach hier, vor dir, vor dir. Ne, das müsste so passen, Bro, das müsste so passen. Kommt der an. Das müsste so passen. Doch, doch. Ja, mach hier auch nochmal rum. Hier ein. Ich hab keinen mehr, ab keinen mehr, das war's. Ah, okay. Hammer. Haben wir Lapis Datsui dabei? Wie trottelt? Bro, ich hab richtig viel, ich hab richtig viel. Dieses blaue? Ja. Ja gut, ich weiß nicht, wo du das machst. Ich werde jetzt auch nicht durchführen. Guck einfach, wo es ist. Ja, Bro, ich hab's woanders versteckt, das ist das Ding. Ach so, soll ich woanders weggehen? Kann ich kurz weggehen? Ja, geh mal da in die Mine, geh mal in die Mine. Ich muss eh Lava rum. Ja, okay, dann hol Lava einmal, hol Lava einmal. Okay, sehr gut, Leute, weil das ist ja unser super geheimen Secret-Versteck hier. Boah, guck mal, unsere Morim drehen aber gut durch hier. Ey, wer hat denn hier Dings gepflanzt? Was soll das denn? Ich will noch Morim rein. Okay, dann können wir nämlich das hier erstmal full machen. Und dann haben wir nämlich hier schon mal unser erstes Beet fertig. Oder, naja, Glowstone können wir uns eigentlich gleich noch holen. Wir gehen ja jetzt gleich erstmal zu Alphastein und werden bei Alphastein ein bisschen handeln. Mal gucken, was Alphastein für uns hat. Und ich hoffe, er ist nicht sauer auf uns, dass ich mit dabei war bei Max. Aber ich hab ja eigentlich gar nichts gemacht, Leute. Boah, Leute, unsere Farm läuft hier babamäßig, Alter. Das ist ja richtig geil. Wie schnell das hier auch wächst, ne? Guck mal hier, wie viele Karotten wir haben. Und das können wir auch alles in Komposter machen für Knochenmehl dann. Sehr, sehr gut. Okay, wir haben jetzt Dings. Ich muss schnell hier, Leute. Ich muss schnell was. Ich hol das jetzt erstmal raus. Wir sind ja eh da. Und da kann uns eigentlich keiner was. Solange wir hier sind und wir sind ja auch zu zweit. Das sollte eigentlich ganz entspannt sein. Boah, ich glaube, ich hab auch das meiste an diesem blauen Zeug. Ich glaube, niemand hat so viel wie ich davon. Boah, juggel, juggel, juggel. So, gut, das sieht schon mal gut aus. Wir brauchen hier, wie gesagt, noch ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Boah, okay, wir müssen jetzt gleich zu Alphastein gehen. Ich hoffe, dass er wirklich Leder für mich hat. Wollen wir jetzt schon was verzaubern? Oh, nice. Ja, warte. Ich geh mal direkt raus. Ich hab ein Buch noch, ein Buch noch. Ja, ich will mal gucken, was noch da ist. Effizienz 1, 1. Boah, ich hab Sharpness 1, Bane of Arzepots oder so. Ja, aber was hast du reingemacht? Schwert, Schwert, Schwert. Schwert, lass ich auch gucken, was ich mit dem Schwert reinmachen kann. Knockback, Smite. Oh, Smite ist eigentlich ganz nice. Warte mal, gib mal ein Buch. Ja, hier, warte, warte, hier das Buch. Ja, wir müssen mehr Bücher machen. Also kam nur Müll raus. Ja, ist egal, dann lass mal Bücher machen. Lass mal jetzt zu Alphastein gehen. Der wollte jetzt, der wollte uns ja Bücher geben. Äh, Leder geben, Leder geben. Oh, warte mal. Du hast gerade einen Erfolg bekommen. Ja, geil, ich hab jetzt Silk Touch bekommen. Ist das nice, oder was? Auf meine Schaufel, auf meine Schaufel hab ich gerade gemacht. Ja, weil ich Grasblockerbau komme und direkt der Grasblock raus. So, das ändert sich nicht mehr. Ah, okay, nice. Ja, gut, okay, dann lass mal schnell zu Alphastein gehen. Und dann müssen wir noch das Glowstone auf jeden Fall holen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Wie willst du nicht mitkommen zu Alphastein? Lohnt sich das zu dem? Was will der denn? Er will uns Leder geben. Ach so, ah. Ja, okay, dann lass uns doch lieber zusammen hingehen. Ich sag mal so, ich kann ja gucken, ob er zu zweit schafft er uns eh nicht so, weißt du? Dann lass uns zusammen hingehen. Warte, ich guck mal, wie viel Zeit ich überhaupt noch habe. Ich hab noch drei Minuten nur. Nein, wirklich? Dann lohnt sich das nicht. Ja, ja, lohnt sich das nicht. Aber, äh, äh. Dann komm ich schnell zu dir. Dann komm ich schnell zu dir und hol noch den Glowstone. Du weißt, wo mein Dings ist, ne? Äh, nee, weiß ich nicht. Stani. Ja, ich hab's vergessen, Bro. Nee, ich hab's vergessen, ich hab's vergessen, Bro. Komm mit! Noch 15 Sekunden, komm mit! Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, wir schaffen es nicht mehr. Hier. Ach, hier, okay, okay, nice, 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 nice. Danke. Fütter die Kühe, fütter die Kühe. Ja, ja, ich soll noch die Kühe füttern. Okay, ich soll noch die Kühe füttern. Das werden wir mal noch machen, Leute. Äh, boah, gut, okay. Armin, muss ich echt sagen. Der ist echt ein absoluter Ehre, Mann. Jetzt sind wir hier noch drinnen. Und jetzt kann ich hier nochmal. Wo ist denn hier Glowstone? Wo hat er den denn? Hä? Wo hat er denn Glowstone, Leute? Oder muss er den noch herstellen? Goldene Karotten? Ich seh jetzt hier gar nicht mehr durch, Bro. Äh, Magma Block? Hä? Hä? Wo hat er das denn? Ich glaube, das kann man hier mit herstellen. Mit Glowstone-Dust. Ich weiß aber nicht, wie. Aber theoretisch. Warte mal. Glowstone. Ach so, das kann man aus diesem Dust herstellen. Ja, geil. Zack, 60 Stück, Leute. Ich nehme halt alle 60 mit hier. Und dann werde ich jetzt für Armin, weil Armin natürlich ein Ehrenmann ist, Leute. Werden wir jetzt auch alle Kühe schnell füttern. Und dann hat er da keinen Stress. Aber Bro, das ist ja übelst versteckt, seine Base. Er sagt hier, seine Base ist total einfach zu finden. Alles klar. Ich muss das einmal merken. So, hier sind die ganzen Kühe. Hallo, Kühe. Hier, du nimmst was. Isst der was? Hier, esst alle was. Esst alle was. Esst! Esst, esst. Hier, essen, 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 essen. Boah, wie viel isst hier denn, Alter? Ey, ihr esst mir das ganze Weizen weg, ey. Juge, ihr seid ja voll die Vielfraße. Hey, wie viel essen die denn, Leute? Ich glaube, ist das so gut oder was? Das reicht ja aus, oder? Bro, also ich glaube, wir haben jetzt hier alle gut gefüttert. So, das reicht, Alter. Mehr kriegt ihr nicht. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, ich dreh durch. Zack. So, jetzt müssen wir uns leider ohne Armin auf den Weg machen. Ich überlege noch. Nehmen wir vorher den Glowstone. Bauen wir das kurz in unsere Farm? Ich glaube, es würde mehr Sinn machen. Wir machen nochmal kurz eine Pause bei uns in der Farm. Ich baue quasi das Beet fertig, dass das durch ist. Und dann fahren wir zu Alphastein. Dann haben wir nämlich das schon mal erledigt. So, Leute. Ich weiß jetzt nicht, Alter. Ihr meintet ja, dass Alphastein ziemlich gut ist. Ich weiß nicht, soll ich meine Dia-Rüstung... Ich weiß nicht, wie Alphastein drauf ist, Leute. Soll ich meine Dia-Rüstung lieber anlassen oder lieber nicht anlassen? Aber ich will die auch nicht verlieren. So, guck mal. Jetzt können wir das hier erstmal alles fertig bauen. Der Block muss einmal nochmal zur Seite. Hä, was ist das denn da, Leute? Was ist das denn da? Warum ist da... Hä? Leute, war hier irgendjemand... Irgendwas ist hier komisch in meiner Base. Ich sag euch ehrlich, weil... Ich hab doch nicht da so ein Dings da übersehen, oder doch? Oh, hier nochmal schön Glowstone hin. Und dann können wir hier nämlich gleich... Geil, Leute. Ey, das sieht so nice aus. Jetzt haben wir fast unsere Base, also nicht mal ansatzweise fertig, aber... Ich sag mal, die Grundlagen haben wir dann auf jeden Fall schon durch. Also, dass wir halt Essen haben, alles drum und dran. So, dann werde ich hier noch einmal kurz... Wir haben unendlich Essen. Und das kommt alles in den Komposter für Knochenmehl. Und dann haben wir hier eine richtig kranke Farm, hier unterirdisch. Oh, ich muss mich einmal hier müden, dass die mich von außen hören oder so. Zack, 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 zack. Sieht nice aus. Und jetzt wird erstmal hier alles schön Getreide abgebaut. Let's go! Boah! Okay, wir haben kein Getreide mehr, oder was? Äh, Karotten habe ich ja noch. Können wir hier abbauen. Karottenfeld ist ja schon durch. Boah, ich sag euch, ich feiere das so, ne? Das ist so sick geworden. Wenn das hier alles erstmal schön nachgewachsen ist, wie das dann auch aussehen wird. So, das ist fertig. Haben wir hier noch eins übersehen? Ne, das ist fertig. Gut, jetzt werden wir hier noch das Getreide abbauen. So, hier haben wir jetzt mehr als genug Samen. Und die Samen werden wir jetzt natürlich auch direkt wieder reinpflanzen. Dass das hier alles schön nachhaltig ist. Und ich glaube, Freunde, ich werde ohne meine Rüstung zu Alphastein gehen. Um einfach mal zu gucken, wie der drauf ist. Wenn ich nichts dabei habe, habe ich auch nichts zu verlieren. Auf Risiko. Wenn ich merke, ey, Alphastein ist ein 31er. Der will, äh, 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 Ärger. Dann merke ich das, ja? Äh, äh, und deswegen... Ne, wir lassen alles hier. Ich sage euch ehrlich, wir lassen alles hier. Ich gehe normal hin. Ich gehe mit Eisenrüstung hin. So, guck mal, ich tue so. Ich tue einfach so, als wäre ich noch ein Noob in Eisenrüstung. Ich werde dann einfach so sagen, äh, falls ihr dir Rüstung habt. Boah, Alphastein, du bist ja schon voll krass und so. Und ich werde so ganz unwissend tun. Und, äh, werde mit normaler Rüstung hingehen. Boah, was sagt ihr? Guckt euch das bitte an. Hier mit den zwei Feldern jetzt. Das sieht richtig gut aus. Okay, let's go zu Alphastein. Zu Alphapopo. Okay, Alphastein hat gerade geschrieben, seine Base ist bei minus 300. Weil ich wusste wirklich nicht mehr, wo die ist. Deswegen, wir fahren jetzt so schnell hier zu minus 300 hin. Was hat er geschrieben? Minus 300 und minus 420. Minus 300 und minus 420. Also ungefähr hier in diese Richtung. Okay, da müssen wir uns jetzt beeilen. Let's go. Doch hier. Ach, da ist doch die Alphastein Base. Hier ist die doch. Geil, geil, geil. Okay, Leute. Gucken, was er jetzt für uns hat hier. Ich hoffe, 20 Leder. So, das ist hier die Alphainsel. Boah. Freunde, ich tue jetzt so, als wäre ich das erste Mal hier. Ich tue jetzt so, als wäre ich das erste Mal hier. Hallo, Steini, buddy. Ey, Alphastein. Du hast ja schon eine DIA-Rüstung. Wie heftig. Mach jetzt eher nicht auf freundlich. Ich weiß, was dir getan ist. Du hast mir rausgesprengt und mein Zuckerrohr geklaut. Los, gib das zurück und ich besiege dich. Wie, Zuckerrohr habe ich geklaut? Das war hier. Ich habe es wieder neu platziert. Los, her damit. Ey, ey, ey. Locker, locker. Ja, okay. Ich hole das schnell. Du hast mit dem falschen Angelegen. Bro, ich habe es im Boot. Ich habe es im Boot. Das Boot bringt mir nichts. Schöne ich. So. Alphastein. Schnell bleiben. Ey, ey, ey. Beruhig dich. Also, was willst du jetzt haben? Ich habe zwar nichts geklaut, aber weil ich dich cool finde, würde ich es dir einfach geben. Ja? Los. Was willst du denn jetzt haben? Meine Sachen zurück. Alle. Wieso denn? Zuckerrohr ist doch hier, hä? Das ist meins. Ja, äh, Alphastein. Ich komm. Mach keine Faxen. Ey, ich habe nichts dabei. Ich habe nur Karotten dabei. Dann geben wir die Karotten. Ja, warte. Hier. Ey. Ey. Was ist ernst? Ja, ich habe nicht mehr dabei. Ich habe kein Leder dabei. Ich habe nicht angelogen. Ey, wie? Du gibst mir jetzt gar kein Leder, oder was? Ey. Äh, Alphastein. Wie redet denn? Die Leute meinten... Was bist du hier? Die Leute meinten zu dir, dass du ganz gut bist in Minecraft. Äh, kann sein. Ja, Bro. Ich sage dir ehrlich. Also, falls es hier irgendwelche Probleme gab, wo ich ja aber nicht beteiligt war, ja? Äh. Ja, willst du dich entschuldigen? Dann, äh, ich würde dir natürlich eine kleine Belohnung morgen in die Kisten legen, weißt du? Eine Belohnung? Okay, das hat sich gut an. Ja, ja, ja. Aber... Weißt du, ich bin der beste Minecraft-Spieler hier auf der ganzen Welt, hier auf der YouTuber-Adensee. Ja, ich sage mal so, ich hätte... Was würdest du denn... Ich habe mit einem gewissen YouTuber-Probleme. SU heißt der. Was würde denn da kosten... SU! Ja, was würden da kosten, dass du den ein bisschen einschüchterst? Das mache ich dir umsonst. Ich habe auch Ärger mit ihm. Oh mein Gott. Okay, ey, ey, ey. Ich habe auch zwei andere Leute, die Ärger mit ihm haben. Wollen wir die nächsten Tage uns alle sammeln, Alter, und gegen SU angehen? Das muss ich mir überlegen. Ja, okay, ich würde dir da nochmal schreiben, Alter. Ich sage dir ehrlich, überleg mal, wir würden da zu viert auftreten und sagen, wir wollen ihn verbannen von der YouTuber-Insel. Hoho, das ist richtig krass. Das wäre richtig krank, Alter. Dann hat der richtig Ärger. Lass das so machen, ja? Aber jetzt runter von meiner Insel. Ja, ey, ey, okay, beruhig dich. Ey, Alferstein ist wirklich echt komisch, ey. Aber ich glaube, mit dem kann man arbeiten. Tschüss, Alferstein. Okay, Leute, schnell weg hier, sonst dreht der durch. Ähm, Kenny meinte irgendwie, wo ist die Burg? Kenny meinte irgendwie, dass er bei einer Burg Leder verkauft. Aber wo ist die Burg, Leute? Bei Max ist die Burg. Ja, okay, Bro, weiß nicht, wo Max holt. Aber ich glaube, wenn wir hier hochkommen, dann müssten wir eigentlich relativ schnell, oder wir fahren einfach. Ich wollte kurz gucken, wie Zeit wir noch haben. Aber wir haben noch gut genug Zeit. Das sollte eigentlich reichen, um wirklich sehr, sehr schnell zu Alcrimax zu kommen. War hier irgendwo... Ah, guck mal, hier ist doch meine Base, Leute. Und Alcrimax hat doch hier direkt um die Ecke gewohnt. Soll ich noch schnell gucken, ob in der Slime-Farm was ist? Boah, ich glaube, ich gehe schnell noch in die Slime-Farm rein. Komm, let's go. Hier ist deine Base. Nee, echt? Ich wollte weg gerade, hä? Hey, 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 gib mir deine Diaz. Was? Willst du ein Mal stecken? Das war's mit deinem Haus. Wo ist deine Base? Bro, ey. Gefundet, hey, hey. Leute, das war der Falsche. Der ist dumm. Der hat dich verfolgt, der Eklige. Der denkt jetzt, dass da meine Base ist. Das war sogar der falsche Eingang. Ich habe nämlich selbst den falschen Eingang gerade gesucht. Soll er da reingehen, Leute? Interessiert mich nicht. Das Ding ist, ich habe jetzt gar kein Essen mehr. Äh, Alperstein ist schon ein richtiger Frech. Soll er doch da reingehen? Okay, da ist die Base von Max. Und hier in der Nähe ist irgendwie Candy mit einer Burg. Was für Burg denn? Und der hat günstig Leder abzugeben. Boah, okay. Also ich hoffe, er hat vier Leder. Ja, das wäre geil, weil dann könnten wir nämlich anfangen zu verzaubern und richtig stark zu werden. Hä? Guck mal, da ist das Haus von Max und hier ist eine riesen Burg, Junge. Wie hat der die denn hierhin gebaut? Holy Moly, Alter. Ey, Candy. Komm, der hört mich gar nicht, der hört mich gar nicht. Ey, Candy. Ey, Candy. Bro, du denkst doch nicht wirklich, dass du der König der Insel bist. Hä, Stani? Alter, Stani. Bro. Das ist meine Festung. Wer eine Festung hat, ist ein König. Bro, du bist vielleicht hier ein Handlanger. Hier wohnt Candy. Abstand halten. Vorsicht, Fallen. Wo sind denn hier Fallen, ne? Ja, ich habe keine Fallen. Das ist ein Bluff, Stani. Aber ich habe das, warum du hier bist. Zeig mal, wie viel Leder hast du denn? Hier, ich habe genug Leder. Zeig. Wie viel Geld hast du denn? Ich will sehen, wie viel Leder du hast. Also, ich habe hier einmal 64 und nochmal 27, Stani. Das ist... Dein Ernst? Woher hast du so viel Leder? Von der Essensinsel, Stani. Ich kann dir verraten, wo die ist, aber das wird... Ey, Bro, was willst du dafür haben für das Leder, für das ganze Leder? Eine Diamantspitzhacke? Hä? Ähm... Und ist die kaputt? Nee, die ist heile. Ähm... Ja, ja, eine Diamantspitzhacke. Bro, ich habe die jetzt nicht dabei. Ich würde die holen. Ja, okay. Kann ich das Leder mitnehmen? Ja, kannst du machen, Stani. Aber das Ding ist, ich habe nur noch neun Minuten. Ich überlege gerade. Ja, dann gib mir das morgen einfach. Ja, Bro, dann komme ich morgen rum und gebe dir das Dings. Alter, Kuss für das ganze Leder, ne? Ja, gerne. Ich kann dir auch mehr besorgen. Was willst du denn mit so viel Leder? Äh, darüber kann ich leider nicht reden mit dir, Candy. Dann kann ich dir auch nicht mehr besorgen. Ich weiß nämlich, wo ganz viel ist. Ey, Stani, das habe ich in zehn Minuten besorgt. Diamanten habe ich auch. Ganz viele Diamanten. Okay, vielleicht besorge ich dir noch mal ein bisschen Leder für Diamanten. Das können wir machen. Okay, dank dir, Candy. Ja, ciao. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich denke mal, Diamanthacke gegen so viel Leder. Weil, guck mal, das hat uns ja auch sehr, sehr viel Zeit gespart gerade. Das ist eigentlich schon fair. Boah, ich habe nur Angst, dass Alphanstein hier wieder irgendwo rum... Wer ist er? Alter, wer ist er denn? Was macht der denn da? Bro, Alphanstein, lass mich in Ruhe. Alphanstein, lass mich in Ruhe, Junge. Alter, war das Alphanstein? Oh mein Gott, Bro. Der hat sich verwandelt, glaube ich. In so einen Slenderman. Oh, Junge. Leute, das ist hier tagsüber. Wieso kommen wir jetzt tagsüber im Monster? Was ist das denn? Ich glaube, ich drehe durch. Gut, wir müssen jetzt schnell zur Base zurückgehen. Und dann können wir wirklich den Verzauberungstisch komplett bauen. Wie geil ist das bitte? Wir haben so viel Leder. Ja, ich sage mal so, Alphanstein hat mich zwar ein bisschen verarscht da mit seinen Dings. Aber man muss auch sagen, Leute. Wir waren auch echt gemein gewesen zu Alphanstein. Wir haben den alles geklaut. Wir haben die ganzen Zuckerrohr ihm weggenommen. Bambus ihm geklaut. Die ganzen Farmen leergeräumt. Das war schon sehr, sehr fies gewesen. Also, da kann ich es ihnen eigentlich gar nicht übel nehmen. Eigentlich war er dafür eigentlich noch sehr korrekt gewesen. Das Ding ist, ich habe ihm jetzt alle meine Möhren gegeben. Und ich komme jetzt gar nicht mehr voran. Guck mal, verfolgt mich hier einer? Nee. Okay, Leute. Ich werde gleich ein bisschen sneaken. Ist hier irgendjemand? Nee. Nee, hier ist niemand in der Nähe. Und schnell in die Base rein. Schnell in die Base rein. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Schnell. Ich muss mich muten, dass mich keiner hört. Weil jetzt wollte ich immer was zum Essen, ey. Zum Glück. Meine Möhrenfarm steht, Leute. Geil. Das steht hier alles. Und jetzt können wir endlich unseren Verzauberungstisch weiterbauen. Ey. Sowas von geil. Bro, wir haben halt echt so viel geschafft. Holy moly. Und jetzt könnten wir... Warte mal, wo habe ich jetzt das ganze Zeug drin? Ich muss unbedingt das Zeug hier noch rausnehmen. Das muss ich unbedingt rausnehmen. Hier haben wir Papier, Leute. Und das rausnehmen. Das müssen wir nämlich in die Secret Chess packen. Ich dachte eigentlich, Papier haben wir genug. Aber... Oder habe ich das in die andere Dings reingepackt? So, dann werde ich jetzt mal hier noch Bücher bauen. Bumm, bumm, bumm. Drei Bücher haben wir nochmal. Sehr gut. Wo waren das andere Leder gewesen? War das hier drin? Die Papiere? Wir hätten auch so viele Papiere gehabt. Ah, 36 haben wir hier nochmal. Geil, Leute. Boah, wir haben nochmal 16 Bücher gebaut. Und wir brauchen... Warte mal, wie viel hatten wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Stück haben wir. Und 15 brauchen wir insgesamt. Okay, 15 brauchen wir insgesamt. Zack. Drei Stück haben wir jetzt noch gebaut. Und jetzt müssten wir eigentlich hier unsere Verzauberung... Area. Komplett. Ein Buch baue ich da oben noch, dann sieht das doof aus. Leute, SU hat so eine Probleme jetzt. Oh mein Gott hat SU Probleme. Holy moly. Warte mal, ich werde das hier auch noch umbauen. Sieht irgendwie doof aus, da werde ich noch einen Fass hinbauen, glaube ich. Aber SU hat richtige Probleme jetzt, weil... Bro, wir können das jetzt hier absolut upgraden. Unbreaking 2 und so. Wie krass ist das bitte? Und wir haben noch so viele Bücher... Also wir haben noch... Wie viele Bücher haben wir noch? Vier Bücher haben wir auch noch übrig. Und morgen kriegen wir nochmal eine Bücherlieferung. Jetzt haben wir auf jeden Fall... Weil Armin hat ja auch eine Zuckerrohrfarm. Den können wir morgen alles verzaubern. Und dann, wenn SU nicht bezahlt hat, wird der Angriff absolut losgehen. So, Freunde. Ich werde jetzt hier die ganzen Sachen, die wir haben, die wirklich wertvollen Sachen, schnell alle nehmen. So. Ey, wir haben hier noch zwei... Sechs Bücher haben wir insgesamt. Geil. Sechs Bücher. Und jetzt werde ich mich ausloggen. Und das kann niemand klauen, was wir in den Taschen haben. Leute, let's go, Mann. Wir sind so krank gerade aktuell. Die Base ist geil. Unser Verzauberungsraum ist fertig. Und wir sind... Ey, Leute, das ist einfach perfekt. Wie es gerade läuft, ist perfekt. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr es auch feiert. Jetzt geht es richtig erst.